Und? Habt ihr euch wieder abgeregt? Habt ihr einen schönen Tag? Ich nutze mal die Gelegenheit und erkläre euch, warum ihr unbedingt auf die Comic-Con müsst. Weil diese Convention einfach unglaublich geil ist. Diese Stars, diese Atmosphäre, diese saugeilen Synchronsprecher. Ich glaube, dass euch das noch nicht klar ist, dass wir dann allesamt durch die Decke gehen werden. Also, holt euch eure goldenen Karten für die Schokoladenfabrik unter den Kons. Ich will mit euch wie mit den Umpa-Lumpas rumhampeln. So ungefähr. Umpa-Lumpa-Wuppe-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di. Untertitelung des ZDF, 2020